Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 7. Juli. Heute haben wir dabei Uber, Gmail, Chrome, Instagram, Reels und Fritz OS. Beginnen tun wir mit einem Nachtrag mehr oder weniger zur Folge von gestern. Wir haben darüber geredet. Uber übernimmt Postmates und es war noch nicht hundertprozentig durch. Und jetzt ist es so, ich habe es offiziell wirklich bekannt gegeben. Und es ist so, wie gestern reportet, Uber übernimmt den Lieferdienst Postmates für 2,65 Milliarden in Aktien. Und der wird auch nicht gemerged, sondern der wird parallel zu Uber Eats auch wohl weiterhin als Postmates dann laufen. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Mich hätte es ja auch nicht gewundert, wenn das Ding jetzt Uber Delivery oder so heißen würde. Kann sich ja alles noch ändern. Nächstes Thema, Gmail. Gmail, die haben jetzt eine Splitview-Ansicht für das iPad. Und anscheinend haben sie das laut Kaschis Blog auch schon seit rund einem Monat, aber es jetzt erst angekündigt. Ihr könnt also neben der offiziellen Gmail-App auf dem iPad dann entsprechend noch eine zweite App öffnen. Ganz normal, wie man es kennt, unter iPadOS einfach von unten aus dem Dock, wenn man die Gmail-App offen hat. Eine andere App hochziehen und daneben platzieren. Jo, nichts Wildes, nichts Großes. Bleiben wir bei meinem Haus Google, denn da gibt es jetzt auch neue Funktionen für den Browser Google Chrome, damit dieser nicht so viele Akku frisst. Denn gerade wenn man viele Tabs auf hat, dann ist gerade Google Chrome auf Laptops ein großer Akkufresser. Und im aktuellen Chrome 86 gibt es ein experimentelles Feature, das dafür sorgt, dass JavaScript-Timer und Tracker abgeschaltet werden und damit die Akkulaufzeit verlängert wird. Was bedeutet das? Es gab wohl einen Test mit 36 offenen, im Hintergrund laufenden Tabs und einer deren Webseite als aktiver Tab. Und mit dieser Funktion konnte die Laufzeit des Akkus, auf dem mal getestet wurde, um zwei Stunden verlängert werden. Also schon einiges an Zeit. Finde ich eine gute Sache, dass Google sich darum kümmert, denn ich bin da jetzt selber auch sehr betroffen, denn ich nutze den Chrome und ich habe halt, glaube ich, regelmäßig gefühlt meine 40, 50 Tabs in verschiedenen Fenstern offen. Ja, nächstes Thema. TikTok. Denen geht es ja in Anführungsstrichen nicht so gut, weil die überall ja so ein bisschen unter Druck stehen, wegen Sicherheitsbedenken, Privacy-Concerns. Ja, und in Indien wurde TikTok verbannt. Und was macht Instagram? Ja, die sagen, wir bringen Instagram Reels, der TikTok-Konkurrent oder das TikTok-Feature, was Instagram in Deutschland, Brasilien und Frankreich ja schon am Start hat. Wir bringen dieses jetzt auch nach Indien, denn das ist eine gute Chance. Wenn TikTok weg ist, müssen die was anderes haben. Haben sie gut reagiert. Mal schauen, ob das da wirklich was bringt und ob TikTok nicht vielleicht doch nochmal wiederkommt. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, wie sich das mit dem großen chinesischen Social Network so entwickelt. Und letztes Thema für heute. Das FRITZ!OS 7.20 ist ab sofort für die FRITZ!Box 7590 verfügbar. Das große Update für das große Flaggschiff in der AVM-FRITZ!Box-Reihe kann man sicher jetzt installieren. Es hat über 100 Neuheiten. Der Pokipsi hat einen schönen Blog-Attack dazu geschrieben. Es gibt halt Neuigkeiten beim Mesh-WLAN. Zum Beispiel gibt es halt die Möglichkeit, jetzt auch WPA3 zu bekommen. Das ist der neue Standard für WLAN-Sicherheit. Es gibt Neuigkeiten beim VPN, Neuigkeiten bei der Telefonie und Neuigkeiten im Bereich Smart Home. Wenn ihr also eine FRITZ!Box 7590 habt, dann installiert es euch, guckt es euch an. Und wenn ihr vorher wissen wollt, wie gesagt, dann lest euch doch mal den Artikel vom Pokipsi durch. Das war es dann auch schon für heute. Relativ ruhiger Newstag. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Dienstag und wir hören uns dann morgen wieder. Bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.